Ich lasse jetzt einfach mal vorlaufen und schauen, was passiert. Die kommen bestimmt nicht weiter. Ich muss erst so einen Triggerpoint erreichen, damit es weitergeht. So, los jetzt, Jungs, weiter. Jungs, weiter geht's. Nee, die bleiben einfach liegen, okay. Oder? Nee, jetzt haben sie sich bewegt, okay. Da spielt schon wieder wer. Egal. Wo ist der Nächste? Da oben. Weg mit dir. So, wir rücken jetzt ein bisschen, nur ein kleines bisschen nach. Gehen jetzt ein bisschen außen. Ah, das war zu weit. Egal. Jungs, weiter. Ein Salvenfeuer, damit die Präzision noch da bleibt. Hilft da auf jeden Fall. Ja, jetzt werde ich sofort wieder nur angeschossen. Das ist nicht cool. Nur ich. Geh doch da weg, Alter. Und verpiss dich mal von deiner Deckung. Geh es mir auf den Sack. Weg. Weg. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Jungs. Status Update. Ich glaub's. Oh, fuck. Panzer. Wohin, 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 wohin? Oh, nicht cool. Weiter. Nicht blockieren. Weiter. Reden sie sich, wer kann. Los. Los. Ey, das ist ein verfickter T90. Verpiss dich. Weg da. Durch. Loil. Scheiße. Alle okay. Bin okay. Alles bestens. Und bei dir. Auch alles okay. Okay. Verpuff, das waren T90 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Legrun, bist du okay? Natürlich. Wir sind der Main Character. Wir müssen gewinnen. Also, weiterkommen. Überleben. Hat er nicht irgendwie Tackle oder so? Nein, natürlich nicht. Folge dem Squatch, schalte die MG-Nester aus. Okay, das ist unser aktuelles Ziel. Raus aus mir, Alter. Ich kann mich... Alter, der hat mich blockiert. Lol. Ja, wo ist... Da ist er doch. Was willst du denn von mir? Burn. Ja, fuck. Ja, richtig. Sind wir da? Okay. Immer da lang. Immer da lang. Sollen wir hier lang? Ja, okay. Wow. Sind wir jetzt Gegner? Ich glaub schon. Fuck. Das war nochmal knapp. Ist das ein Gegner oder nicht? Javelin gefällt mir. Ich will's nehmen. Hallo. Aufheben, okay. Äh. Raus, raus, raus jetzt. Treffer. Aber er hat auch getroffen. Aber er hat auch getroffen. Raus. Er hat auch gesessen. Braucht er wirklich drei? Ich schluckte so viel. Raus. Jetzt aber. Ja. Geschafft. Ja, welche Waffe nehmen wir denn jetzt? Hä? Wo ist denn unsere? Wir haben nur noch eine Schrot und... Ah. Hä? Ja, nehmen wir einfach mal die. Egal. A4. Alles klar, okay. Da ist ein... Transporter im Weg. Ey. Boah. Ganz schlechte Position gerade. Muss ich da wieder hoch, oder? Anscheinend. Ja, einfach normal hochgehen. Batz. Ja, der ist jetzt mit einem Schuss da umgegangen. Komisch. Der schießt Salben, oder? Das mag ich nicht so. Noch einer. Weg mit dir. Gut. Okay, wir müssen uns jetzt sammeln. Ja. Warum nicht? Von hinten also. Alles klar. Boah. Wir stehen hier wirklich unter Dauergeschuss. Ich weiß, dass das nichts bringt. Lol. Moment. Ich weiß, dass das nichts bringt. Dass die sofort wieder spawnen. Aber solange er irgendwas sagt, müssen wir wohl die Zeit irgendwie überbrücken. Ey, was geht denn hier ab? Ich gehe mal einfach außen rum. Hoffentlich kommt man auch irgendwie lang. Natürlich nicht. Ich schaffe es. Boah. Ich schaff's. Gut, gut, gut. So. Ist wieder fast down Egal Machen wir mal eine Granate hinterher Und noch eine Wieso stirbt denn der nicht? Ist da noch irgendwer? Der lebt immer noch, das gibt es doch nicht Stirb doch, du Drecksau, Alter Mann, ey Was ist das hier für eine Waffe? Die gefällt mir schon mehr Die ist gut Los, Räuberlatter Kommt der alleine rüber? Tatsächlich, okay Da hoch Hilf mir hoch Alles klärchen Zwischen Sequenz und hoch Du schaffst es Ich glaub an dich Gut Teamwork Schaff mir das auch Ja, wir schaffen es auch Alles klar Stich ihn ab, Mann Komm Wo war denn der? Wie Wir hatten Wir hatten uns so schnell Gemerkt Wir waren noch hinter der Tür, Alter Noch ein Messer Ich bin dran Messer ihn doch Okay Das haben wir eingemessen Das ist jetzt aber gebracht Bunnyhaufen Die kriegen mich nicht Wir haben wieder drei Granaten Okay, sehr gut Boah Die aber auch Da oben hängen die, Alter Nicht cool, nicht cool, nicht cool Verpiss dich, Alter Und noch eine Granate Ey, geh doch weg So Hoffentlich stirbt er nicht Ist ja natürlich nicht so prickelnd Boah, die sind alle so fixiert auf mich Oh, Mann Eine Begrüßungsgranate Ist immer gut Boah, wir sind wieder zu weit gelaufen, oder? Nee, doch nicht Okay Da oben pimmeln sie Ich kriege ihn jetzt einfach auf den Boden Und den ganzen hier zu entkommen Und rush Los jetzt Ich bin erstmal das ganze Gebäude Äh, sauber gemacht Gefällt mir Schön Jetzt ab in den Tresor, oder was? Gentlemen Wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir Findet sie Grabt alles rum Ihr da Übernehmt den Keller Wir durchsuchen den übrigen Teil Bestanden Blackburn Komm schon Ready Dein Wort in meinem Ohr Und runter, Russian Puh, die sind alle ein bisschen fertig Ein paar Schließfächer Oh, Mann Ich glaub, hier ist keiner, oder? Nee, wahrscheinlich so Ein Aufzug Ja, super Weh, du schubst mich runter, ey Wir können uns abseilen Okay, da geht's gut 20 Meter runter Langsam und leise Jetzt, der will mich wirklich runterschieben Mission Impossible, was? Auf jeden Fall Blackburn, gut gemacht Ich hab gar nichts gemacht Runter Runter Oh, da ist wer Mal ein bisschen rumsprayen Für die Dramatik und so Und wir haben wieder drei Granaten Und weiter So, Granate vor Und Wer hat sie überlebt? Oh, hört doch mal auf zu spawnen Ey, geht mir auf den Piss Alter Komm Das war's Alles klar Geiler Tresor Auf jeden Fall Das war schön Die Monitore kaputt machen Komm Komm, wetten wir Ist er drin? Ist er drin? Nein Okay Ich glaub nicht Boah Kaputte Monitore Kaputte Monitore Komm K Tresor Komm